hallo mein namen ist angel herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und zwar jetzt ganz lange zeit zwar glaube ich zwei monate oder also wie warum habe ich überhaupt gar keine videos gemacht wegen dass mein tablet blockiert ist irgendwie blockiert dass deswegen muss mein vater ist reparieren gehen aber der meister hat gesagt dass nie wieder funktionieren wird dann was soll ich machen habe einfach weg geschmissen und dann hat jetzt mein vater eine neue also vor einem monat habe ich den da bekommen also den tablet grad die ich in der hand habe das ist ein neuer die gleiche war marke und gleiche farbe also ein bisschen stärker mit megapixel und so ich werde weiter wie die spiele drehen und weiter kamera zum video challenge so und so und so sagen es beginn ich habe vergessen wie mein kart mal so ich musste diese erstes noch mal diese programm darunter lang wie man spiele unterladen also kostenlos da hat mir 14 tage gedauert und dann noch mein kraft unterladen und dann war schon besser und jetzt endlich und wie ihr seht habe ich ein haus und ich zeige euch mal erst mal mein haus weil jetzt habe ich ja schon gebaut vorher und leute nach sechs tage bin ich in bulgarien ich weiß nicht vielleicht habe ich internet wenn ich internet habe zeige ich mein haus in bulgarien ist nicht so ist nicht so cool mein haus in bulgarien ist ein bisschen alt weil wir reparieren gerade unser haus weil es kaputt gegangen ok hier reinzukommen also hier kommt man rein also hier so ich zeige euch mal so sieht man hier wenn ich jetzt hier drauf drücke dann kommt kannst du nicht wieder das ding raus kommt wo ich einfach so nehmen kann sondern muss alles selber machen hier habe ich ich glaube 9 pferde und die gehen alle mir und ich kann auch reiten 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 echt 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 oder 3 3 da hinten 3 7 7 7 7 7 pferde und ihr seht hier auf ein chest nenne ich mal jetzt hier ein stall futter aus gold ding wie nennt man es ein pferde wusste schon und hier habe ich ein kleines warte scheiße ich habe hier ich habe hier kartoff 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 was wie nennt man das ich weiß wie man es sind aber hier steht es anders karotte also karotte richtig karotten und hier habe ich hier habe ich bin ich ein und da habe ich ein kripper also die geht nicht mehr sondern die ist einfach wir lassen die neue und hier habe ich ich weiß ich habe ganz schön man es nennt zucker hoch zucker hoch zucker hoch dann haben wir hier den weg nach Da ist eine Scheisspinne. Hier haben wir den Weg nach Edden. Edden oder wie nennt man das? Hier meine noch größere Sachen. Und jetzt kommt das geile. Also wenn man so läuft, so, habe ich hier eine andere. Das sieht ganz scheiße aus. Die Treppe ist scheißegal. Zapp. Scheiße. Zapp. Und dann geht rein. Oh mein Gott. Ich kann immer noch nicht rein. Ich habe die Eisen extra gebaut, dass kein Zombie reingeht oder so. Chestraum ist halt noch ein Unterraum. Hier zum Beispiel. Oh Zombie. Scheiße. Ich muss schnell schlafen. Ja natürlich. Du kannst nur nachts schlafen. Wie immer. Eine Sekunde bitte. Es geht weiter. Mein Bruder. Geh mal raus. Geh mal raus. Ich hole mein Telefon. Telefon. Verpiss dich. Geh weg, man. Kacke. Halt's mal. Die Gehörte hat gesagt, du Kacke. Der ist immer noch klein und sei Kacke. Dann, was haben wir hier? Hier habe ich... Und was noch? Hier... Oh sorry. Ich bleib hier einfach. Und hier viele Waffen. Und crafting tables. Crafting tables. Crafting tables. Crafting tables. Oh es regnet scheiße. Und ich will in diesen Folge. Aber ich glaube ich schaffe es nicht. Weil mindestens 10 Minuten im Video sein. Mindestens 10 Minuten. Einen Weg nach unserem Turm bauen. Das ist ein Turm. Das ist so ähm... Ein... Zum Beispiel. Viel zu viele Zombies. Und ich habe Angst. Ich habe zum Beispiel. Fünf Endermans sind. Und die sind noch stark. Deswegen. Oh scheiße man. Gib mal Pfeil und Bogen. Dann kann ich die von oben abschließen. Und hier macht mir ein Unterraum. Also ein Kerl. Kerl. Hier habe ich meinen Weg nach meinem Ding. So. Das dauert. Das dauert. Hier habe ich 100 Mal Diamond gefunden. 100 Mal. Aber was ist passiert? Ich hatte irgendwas mit 11 oder 12. Also nicht 100 Diamonds. Sondern 11 oder 12. Diamond. Ich bin eben. Lava gefallen. Ich wäre. Ich wäre. Ich habe Gold. Hier haben wir Cez. Das ist hier äh. Das ist türkisch. Äh. Bachte. Bachte. Äh. Es bedeutet ähm. Gartensachen. Hier habe ich. Sachen. Und hier. Und hier. Ähm. Bei Ambrust. Ähm. Diese Ambrust. Ist für Raperin. Aber bei mir. Klappt es eigentlich. nicht. Habe ich hier eine. Ähm. Wassermaschine. Oder wie nennen. Ich nenne es einfach so. Und hier ist sie nach. Sie nach. Ähm. Das aber nicht. ich. Und hier habe ich. Was ist das. Müde Fälle. Das ist äh. Die Sachen die mich. Die viele. Guckt hier. Sind das. Oh. Schau ja hier noch was. Hier. 25 Stück noch. Und hier habe ich einfach eine. Und essen habe ich so viel. Wie glaubst du mir jetzt nicht. So viel. Sack. Voll. okay acht minuten ich glaube wir können anfangen mit unserer straße nach unser ding und hier wir fahren mal an 8 minuten 40 schaffen wir oder wenn ich schnell baue dann schaffe ich es also ich habe jetzt scheiß gebaut wieder zurück und schreibt in die kommentare was ihr für neue spiele spielen wollt aber pokémon go bitte nicht weil ich weiß nicht wie man spielt also schon starten steht da frage ein pokémon und danach den stoff geht nicht nur dann geht nicht bei keinem das nervt nicht oder deswegen spielt es nicht ich habe sie auch runtergeladen neun minuten kommt und was das anfang das anfang ihr unter mann also ok leute bei hochladen da war es ganz viel bei 20 minuten hat es immer so viel gedauert und wurde video gesperrt deswegen und ich schenke mal aus der zeit zeit minuten aber wenn video gesperrt wird ist nicht mein schuld bei wenn ich es finde ich werde jetzt nicht 15 minuten dauern aber es wird schon glaube ich dein ernst zwölf minuten ich habe als skeleton gesehen aber der tötet mich mal ich nenne ihn so sie keller ton so als nach vorne als nach rechts ganz rechts rechts nach vorne als nach vorne da ist er ja einmal auf nein nein ich habe keine zeit für dich nein die gerne ein welcher stäbe ich würde ich bin schon mal weg ein skeller zu gestorben ich bin 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 ich von mir zu ich Töt ihn, Mann! Töt ihn doch! Was ist das? Kommt doch! Geh runter, geh runter, geh runter, geh runter! Geh runter, geh runter! Okay, letzten Versuch, wenn ich jetzt noch einmal sterbe in diesen Skeletor. Ich mache einfach ein Video runter. Ich habe sowieso keine Zeit mehr. Es dauert zwölf Minuten, Digga, nein! Wir schaffen es nicht, aber wir schaffen den Skeletor zu töten. Ich hoffe, da ist dieser Hurensohn. Töte ihn, Mann! Oh, schau mal, ne! Töte ihn doch! Ich glaube, er soll es lieber lassen. Bevor ich noch einmal sterbe. Boah, wie kann er mich so treffen? Hm! Nein, du Mistgeburt! Triff mich nicht! Triff mich nicht! Da ist es! Nein, 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 nein! Geh hoch! Geh hoch, Mann! Dein Ernst? Okay, Leute! Das war's mit dem Video! Äh, ich mache nach 5 Minuten extra Video für euch! Ciao! Ciao!